herzlich willkommen zu einer weiteren folge auf der karte auf dem marsch wir werden zeitpunkt 4 wir werden jetzt hier noch schnell den traktor reparieren oder zumindest waschen reparieren brauchen wir nicht mal bei sechs prozent aber wir werden noch schnell die gerätschaften waschen und dann wegräumen und dennoch schnell die alten felder was die leider nicht die ernte so kommen könnte wie es kommen sollte weil es einfach nicht reif geworden ist aufgrund der tatsache dass ich mal geschlafen habe das dadurch einen fehler eingefügt hat dass irgendwie ein wachstum nicht erfolgte keine ahnung weiß ich warum jedenfalls wird sich reif obwohl ich das im frühjahr am dritten tag späten früher gesät habe das ist leider nicht reif geworden die geschichte mit dem zweiten tag wurde reif ja nun muss man sehen ob wir uns den schaden so klein nicht möglich halten das heißt entsprechend und die gerätschaften schnell wegräumen sauer natürlich ist aber weggeräumt so heute noch am letzten herbsttag entsprechend noch die hinaus hat durchziehen so ein verpackter sieht aus schönes metallik rot ja brennt der motor vorbei ja die fahrer geht runter ne ja die fahrer geht runter ne ja das ist halt so ne so die gerätschaften hätten wir auch reparieren können gut ok nun ist auch egal haben wir vergleich die anderen sind ja repariert worden ob er im frühjahr trotzdem noch präsentieren muss so noch vorne abstellen wenn wir gleich auf richtung wir haben noch einen seemaschinen zu stehen in hoffnung dass wir noch mal grafen sehen konnten also naja gut dann können wir gleich Feld 1 machen wir da rein ja machen wir Weizen das braucht lange der kaltstreue macht er so lange Feld 12 muss gemacht werden und leicht kontrollieren ja ich würde nur aufhören aber kein gras naja gut mal gucken Kalk 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 47% da werden wir uns überladerwagen holen ja wir hätten auch nicht rauffahren dürfen ne Tag Mu wir haben noch Milch im Lager ich habe keine Zeit gedrückt ach ne das ist ja ganz schlecht dann machen wir jetzt mal ein bisschen Überblick haben jetzt machen wir noch 10 Minuten das ungefähr 18-20 Minuten ist ich hoffe das ist auch ok aber mehr wie 20 ist ja schon ungünstig wegen den Datenvolumen zum hochladen fangen wir vorne an so wir tun ganz kurz naja das ist ok alten Kurs löschen nochmal Kurs Generierung 1 14 5 das ist meine ganz gefährliche Ecke hier wo ist da der Anfangsbombe ach hat er da oben gemacht gut Weizen einer ist fertig wer ist fertig ach er hier denn gleich zum nächsten Feld könnte man ja ganz blöd mal das eine Acker stehen lassen ne als Probe ob das auch vielleicht wird das noch reif gleich löschen mal hier rum fahren nacharbeiten da 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 genau die müssen zur BGH Nord und da das eine Feld düngen D23 glaube ich und D12 muss gekalkt werden und dann muss da auch noch die Aussage gemacht werden ja wir werden auch sechs Tage umspringen obwohl man kann theoretisch wenn man sagt ok eine weitere Sehmaschine und dann geht das auch mit drei Tagen ne mehr Gerätschaften natürlich macht es sich leichter wenn du größere Felder hast dann hast du nur halt kurz hin Arbeit machen also einstellen Arbeit ausführen lassen fertig bei kleinen Feldern musst du immer alles erst hinfahren die wird etwas ungünstig weil links und rechts noch nichts ist werde ich mir also der Beziehung mal überlegen da was zu kaufen sobald wir hier entsprechend das Geld haben um die Felder zu kaufen ersten Wegpunkt da müssen wir gleich bisschen flexibel sein ja wie rum will er fahren im meisten Urzeiger sind sonst brauche Ewigkeiten was für eine Mission gibt es eigentlich da kann man ganz kurz erkennen auf Düng 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 bei allen Pressen vergiss es oh 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 ja haben wir noch einen Traktor frei und wir uns vergessen zu Düngen 2017 wo ist das Ding überhaupt bei uns oben habe ich noch einen freier Traktor habe ich noch einen freier Traktor nein habe ich nicht habe ich nicht das wollte ich nicht das Trasche mit einem Kreis nein der arbeitet auch Lkw mit Trasche Häcksler arbeitet Lkw der ist vom Düngen zu schade kein Fein ja da muss ich ja mal was besorgen und zwar brauchen wir das Geld und dann brauchen wir ein Traktor der das alles machen kann so 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 reicht auch auch Farbe Metallic Blau Felgenfarbe Goldhobe oder Neuhoornland so Trello Box okay Standard Pflegebereifung kein Kern sein kann es gar nicht in Frage De fantastik Chip Tuning 600 PS kaufen zurück 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 Dünnetechnik wo haben wir die Tras wo haben wir die Tras Aufbau kostepunkt um das Geld 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 kriegen wir da nicht Doktor Achimis das Geld übernehmen wir der BGH entsprechend schön Geld verdienen so Traktor haben wir Gerätschaften Dünnetechnik die ganz hintere konfigurieren Aufbau Trauereinheit Pflegebereifung dann können wir auch gleich unseren Felder nutzen der ist fertig so der blau ist wie Mission so schnell auf Feld Nummer 17 ja 70 kmh das muss doch sein hier also ein bisschen rein aber anfangen kann heute noch so so 17 ja aber vergess nicht heute wenn Menschen sind immer weiter bleiben wir starten hat der auch noch leer? ach ne das machen wir nächste woche man kann ja normale helfer arbeiten oder hier ist 18 oder unser oder wie? ja 18, 17 da oben machen wir gleich noch jünger Modus das machen wir gleich mal so gehen wir unser hier in der Zeit wo wir das nacharbeiten machen, kann damit Dünken fertig werden und dann ist es gut zurück kaputt, Traktor 6% das geht da lag auf da muss man ja nicht alles machen ne aber das meiste jedenfalls dann hier werden wir auch noch kalten wenn die Lohnleistung erledigt ist, dann ist die Folge auch zu Ende super lange Folge, aber das ist egal ne super lange Folge, aber das ist egal ne kann ein wenig am Gewicht liegen hol ich das Ding auf? nö bin dann mal gespannt dann müssen wir gleich zum nächsten Feld eilen dreiviertel sieben Wahnsinn da ist es blocken da ist leer joh so ist das so 20 prozent habe ich gerade ich sage mal wenn ich nicht mehr den autodreif zum testen gekriegt also haben wir das der welches feld war noch gleich neun wo ist neun drei vier sechs sieben acht neun da unten neben feld zwölf bietet sich an bin wir drinnen auf zu feld neun viel text wollen ja mal unbedingt fertig machen dann beschlossen da ist kram da kommen wir nicht durch nicht nicht im guten ist das da vorne fällt neun links wird sein da komme ich durch das ist ein graben wie eine brücke so dass wir nicht gewachsen sind ich weiß auch nicht so ja 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 so ja 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 dann ja da nicht dann war er fertig Ach nee, ne? Die hat nicht gereicht und verspekuliert oder fährt. Der? Na? Hört auf! Machen wir mal ganz kurz anders, wo das so teuer ist. Dünger fehlt. Dünger? Dünger braucht mich kein. So. Wo können wir das jetzt hier? Erstmal entlassen. Dünger braucht man ja nicht hier. Nein, nur großzügig. So schnell. Na ja, gut. Jetzt haben wir auch schon Nüsse gekriegt hier. Kühe, Wasser, Stroh. 06, 04. Jetzt wollen wir die Schlangenentiere mal rausnehmen. 03 war immer. Tausend. Sondern nur keine. Dann fände ich so schnell langsam. So, das war eine lange Folge. So liebe Freunde, das soll's heute gewesen sein. Danke fürs Reinschauen. Ja, das ist nicht ganz fertig geworden. Aber gut, pass raus. Sag mal so, tschüss und wenige Winke. Ciao, ciao. Dann wünsche ich euch eine schöne neue Woche. Denn, drehen wir uns mal vielleicht in einer Woche wieder. Einen Tag. Also morgens Montag. Dann sehen wir uns ja gleich wieder. Dann sag mal tschüss. Bis dann. Ciao. Bei dir.